Rente mit 63. In Wahrheit sind die Abschläge noch viel höher. Dieser Fehler kann Ihnen richtig viel Rente kosten. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wer es sich leisten kann, würde gerne früher in Rente gehen. Die Rente mit 63 ist ja in aller Munde. Dabei unterliegen viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen oft einen kleinen Denkfehler. Dieser Denkfehler kann Ihnen aber wirklich richtig viel Rente kosten. Wer nicht auf die 45 Jahre Wartezeit kommt, wird, wenn er früher in Rente geht, Abschläge in Kauf nehmen müssen. Das ist ja nichts Unbekanntes. Die Abschläge können die Altersrente aber empfindlich kürzen. Die Höhe der Abschläge ist dabei auch klar gesetzlich geregelt. Im Volksmund sagt man, pro Monat, den Sie früher in Rente gehen, als zur Regelartersgrenze, bekommen Sie 0,3% abgezogen. Dabei stellt sich aber die Frage, von welchem Rentenwert die Versicherten den Abschlag oder die Abschlagsberechnung vornehmen. Und genau hier kann sich ein Denkfehler bei Ihnen einschleichen, der Ihnen unter Umständen richtig viel Geld kosten kann. Also dabei bitte vorsichtig sein. Nehmen wir einfach mal folgendes Beispiel an. Sie sind am 01.01.1962 geboren und wollen 2025 mit Vollendung des 63. Lebensjahres pünktlich zum 01.01.2025 in Rente gehen. Und zwar an die Altersrente für lange Jahre versichert. Ihre 35 Jahre haben Sie voll. Auf die 45 Jahre kommen Sie nicht, weil Sie Hochschule gemacht haben und so weiter. Also kein Problem. Der Abschlag in der Rente beträgt 13,2%. Und Sie haben natürlich jetzt im Jahr 2023 eine Renteninformation erhalten und diese weist für den Beginn der Regelaltersrente mit durchschnittlichen Werten eine Regelaltersrente zum 01.09.2028 hochgerechnet von 2.000 Euro brutto aus. Ja, also das ist ein hochgerechneter Rentenwert. Nicht schlecht, sagen Sie und ziehen hiervon, also von den 2.000 Euro, 13,2% dann einfach ab. Macht schlicht 1.736 Euro brutto Rente. Sagen Sie, okay, wunderbar, das ist noch etwas, womit ich leben kann. Und genau hier liegt dann dummerweise Ihr möglicher fulminanter Denkfehler, den Sie hier in der Berechnung begehen. Denn nicht von den 2.000 Euro brutto Rente ziehen Sie den Abschlag ab, sondern von dem Wert der Altersrente, den Sie bis zum 31.12.2024 mit Ihren eigenen Beitragszeiten erarbeitet haben. Und der ist deutlich geringer als die 2.000 Euro. Nehmen wir also an, Sie hätten bis zum 31.12.2024 reale Rentenanwartschaften in Höhe von 1.800 Euro bis dahin erwirtschaftet. Dann müssen Sie genau von diesen 1.800 Euro die 13,2% abziehen und nicht von den 2.000 Euro. Dann beträgt Ihre Bruttorente ab dem 1.1.2025, wenn wir von 1.800 Euro erdienten Rentenanwartschaften ausgehen, sage und schreibe 1.562,40 Euro. Das ist ein 13,2% Abschlag. Insgesamt also 437 Euro weniger Rente, als wenn Sie bis zur hochgerechneten Regelaltersrente weiter arbeiten würden. Und rund 173 Euro weniger bis zum falschen ersten Berechnungswert in Höhe von 1.736 Euro Rente. In meiner Beispielsrechnung habe ich noch keine Rentenerhöhungen zum jeweils 1.7. eines Jahres, also zum Beispiel zu diesem Jahres eingerechnet, weil ich die Erhöhungswerte noch gar nicht kenne. Wer mit 63 oder später in Rente gehen möchte, sollte sich also daher vorher informieren, wie hoch seine Rente ausfallen kann, wenn er vor dem regulären Rentenbeginn in Rente gehen möchte, also vor der Regelaltersgrenze. Dabei muss man einfach wissen, wer weniger als bis zur Regelaltersgrenze arbeitet, bekommt auch einfach weniger Rente, weil er einfach weniger Beiträge in die Rentenkasse einzahlt. Und wenn man dann von der geringeren Rente noch den Abschlag abzielen muss, hat man Klarheit und im Zweifel wird einem dann Angst und Bange. Daher mein Tipp, wenn Sie mit 63 in Rente gehen wollen oder darüber nachdenken, dann bitte Ihre Rente berechnen und hochrechnen und zwar genau mit den Werten bis zum gewünschten Rentenbeginn und dann genau überlegen, ob man früher in Rente geht oder noch ein, zwei Jahre dranhängt. Oder neben der Rente noch einfach weiterarbeitet. Ja, ab 2023 ist das ja super möglich und so noch zusätzliche Entgeltpunkte erwirtschaftet und so die Rentenverluste ein wenig ausgleichen kann. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.